Die erste Playoff-Runde in der NFL ist im Kasten, mit den New Orleans Saints und den Jacksonville Jaguars setzten sich am zweiten Tag die Favoriten durch. Während das Match in Jacksonville nichts für Freunde von Offensivspektakel war, bekamen die Fans in New Orleans gleich zwei Quarterback-Galas geboten. Drew Brees kann es immer noch. Der mittlerweile 38 Jahre alte Quarterback der New Orleans Saints zeigte heute einmal mehr, warum er als einer der besten Spielmacher aller Zeiten in die NFL-Geschichte eingehen wird. Das sonst so furiose Laufspiel der Saints wurde von der Panthers die Fans in Zaum gehalten, die Running-Backs Mark Ingram 28 und Elvin Kamara 22 kamen zusammen nur auf Raumgewinn. Brees war also gefordert und er lieferte richtig ab. Mit 376 Passjats und zwei Two-Counts führte er sein Team zum Playoff-Sieg über den Rivalen aus der NFC South. Vor allem in brenzligen Phasen war auf die Übersicht und Erfahrung des elffachen Pro-Bowlers Verlass. Einen starken Quarterback hatten heute auch die Panthers Cam Newton 28 fehlte in den entscheidenden Momenten aber die Hilfe seiner Teamkollegen. Symptomatisch dieser Drive im ersten Viertel, der über sieben Minuten dauerte, Nen führte seine offense Jad-Fuert übers Feld bis dicht an die Endzone. Doch dann ließ Eddickson 30 einen locker fangbaren Ball fallen. Kurz darauf vergeigte Kicker Graham Garno 30 ein Field-Goal aus gerade mal, zum Haare-Raufen für Nen. Im direkten Gegenzug zeigte Drew Brees, wie schnell es gehen kann. Ein langer Pass auf Ted Ginn 32, der war nicht mehr zu halten und lief für 80 Jahre Traumgewinn durch zum Tugauen. Ähnlich ging es weiter. Irgendwie lief es bei den Sands flüssiger als bei den Gästen aus Carolina, die bis ins Schlussviertel hinein nur durch Field-Goals zu Punkten kamen. Und das Fair-School-Szene Field-Goal vom Anfang sollte den Panthers noch teuer zu stehen kommen. Kurz vor Schluss standen sie nach einem sensationellen Pass von Nen auf Kellen Clay an der 28-Jahr-Linie. New Orleans-Quarterback Drew Brees zeigte, dass er es immer noch kann. Foto, schon Gartner, AFP nur noch eine Minute auf der Uhr und fünf Punkte Rückstand mit den drei Punkten, die Garno im ersten Viertel so fahrlässig verschossen hatte, hätte jetzt ein Field-Goal zum Sieg gereicht. Stattdessen mussten Nen und Co. den Tugauen erzwingen, was nicht klappte. New Orleans gewann das Spiel und trifft nun am kommenden Wochenende auswärts auf die Minnesota Vikings. Kurios, dies war bereits das dritte Duell zwischen den Saints und den Panthers in dieser Saison und zum dritten Mal siegten die Saints. Man musste sich schon sehr für Football interessieren, um an diesem Spiel Gefallen zu finden. Beide Offensivabteilungen kamen lange Zeit nicht ins Spiel, zur Halbzeit stand ein mageres 3 zu 3 auf dem Scoreboard. Spektakuläre Angriffsaktionen waren Mangelware. Den Jaguars gelang immerhin ein einziger anständiger Drive und das sollte letztlich reichen. Jaguars Quarterback Blake Bortles fand kurz vor Ende des dritten Viertels Ben Koyak aus ein Jahr Entfernung und besorgte so die 10 zu 3 Führung. Passend zu diesem ungewöhnlichen Spiel auch, dass Blake Bortles 25 mehr Raumgewinn durch Läufe erzielte als durch Pässe, das ist normalerweise kein gutes Zeichen für einen Quarterback. Wenigstens wurden die leidenden Fans dann noch mit einer dramatischen Schlussphase entschädigt. Mit knapp zwei Minuten auf der Uhr war die Bills Offense noch einmal am Ball, die letzte Chance auf den Ausgleich. Doch dann erlitt Quarterback Tyre Taylor 28 eine Gehirnerschütterung und musste mit Ersatzmann naht an Petermann 23 ersetzt werden. Petermann richtig, das war der Quarterback, der am 11. Spieltag die Chance als Starter bekam, satte 5 Interceptions warf und in der Pause wieder aus dem Spiel genommen wurde. Jetzt musste ausgerechnet dieser Petermann die Playoff-Hoffnungen der Bills retten und siehe da er erlief erstmal einen First Down und ließ gleich noch einen 14-Jahr-Pass auf Deonte Thompson 28 folgen. Hoffnung kam auf, es endete aber, wie es enden musste, mit einer Interception. Jaguars-Spieler Blake Bortles sorgte für die Führung-Foto, Mike Ehrmann AFP Allerdings hatte Petermann in dieser Szene eher Pech, weil Jaguars-Verteidiger Jalen Ramsey 23 eine geniale Aktion gelang und Ball spektakulär aus der Luft fischte. Die Freude über die erste Playoff-Teilnahme seit 18 Jahren ist in Buffalo also schnell verpufft, die Jaguars können sich dagegen auf ein Wiedersehen mit den Pittsburgh Steelers freuen. Dort holten sie Anfang Oktober einen spektakulären 30 zu 9 Auswärts-Sieg, Philadelphia Eagles, Atlanta Felton Samstag, 22.35 Uhr Mists Neff England Patriots Tennessee Titans Sonntag, 2.15 Uhr Mists Pittsburgh Steelers Jacksonville Jaguars Sonntag, 19.05 Uhr Mists Minnesota Vikings New Orleans Saints Sonntag, 22.40 Uhr MESZ